ein wunderschön guten tag da ist euer michael oder wie ihr sagt euer harry hirsch wieder unterwegs in deutschland das ist ein original ja was ja was mein na roth ich bin dort kross ich bin in 15 Jahre in Sibir aber Aber es war für die Wurzeln. Nach der Wurzeln, in 1941, die Wurzeln war, in 1945, und wir, Menschen, 15 Jahre, haben wir in der Stadt gelehrt. Wir waren ohne Dokumenten, wir hatten keine Schuld, wir haben noch eine Schweine geholfen. Ich bin froh, ich bin froh. Danke schön. Danke schön. Das ist ein Führer. Der führt, der führt, der führt. Die wie Duschi, die wie Duschi, du führst. Verstehst du ein bisschen Deutsch? Ja, Duschi, Duschi, sehr. Also, in der Zeit, die nicht in der Bulgare, also... Die wie Duschi. Da, da, da. Sehr schön. Beim Flugzeug, einer fährt, er ist der Führer. Und dann kommen die Führer weg. Und er ist der Führer. Ja, sowieso, sowieso. Also küss mal den Friedrich, küss ihn. Meine Kleine. Wo ist der Robert? Ihr seht, meine lieben Zuschauer, hier in Gera wird deutsch-russische Freundschaft noch bekannt und nicht in anderen Städten, wo die Hass und Netze gegen russischstämmische Bürger... Macht's gut, Männer! Um immer wieder die Schnauze zu drehen! Nicht vergessen! Die Schnauze zu drehen! Hallo! Hallo! Ja! Spassi, Papa, schaust da! Spassi, Papa, schaust da! Spassi, Papa, schaust da! Ciao! Ja, danke!